Schön in Sack geschossen, sagt er mal. Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Der hat ja gerade seine... Ja, genau so hat er schon wieder gemacht. Und dann gucken da hinten nämlich... Mayanzi pflegt die Hoden raus, Alter. Da, seht ihr sie, wie sie baumeln? Das ist so widerlich. Hahaha. Ja, wie ihr seht, wir sind natürlich immer noch hier. Und wir wollen da mal runter. Wir gehen da mal jetzt da rüber. Dann mal da runter und kämpfen uns da mal da so in die Richtung Helligkeit. Wird am besten sein, glaube ich. Wo befinden wir uns eigentlich? Da befinden wir uns derzeit. Unter der Map, versteht sich? 51,7 und 53,5. Laut Nafi. Laut Nafi. Genau, und dabei sind natürlich auch noch... Ja, die üblichen Meisterknecht. Hätte ich fast gesagt. Scheiße, der ist ja heute nicht mit dabei. Ach, verdammt, siehste, genau. Dabei sind immer noch Machete. Fight Germany, Domedan, Arminius. Und meine Wenigkeit. Was geht ab, Mann? Los, weiter geht's. Yeah. Irgendwie müssen wir da jetzt da runter, da rüber, da drauf. Äh, ja, das sah vorhin schon ganz nice aus hier. Ich glaube, am besten wird es sein, wenn wir uns hier irgendwie runterhangeln. Schießt ruhig da unten auf die Ene. Dann könnt ihr da nämlich runter springen. Okay. Meins muss der Freestyler. Äh. Du musst einfach fallen lassen. Und kurz vorher musst du an der Ende Haken setzen. Guck mal. Meiner geht nicht weiter. Doch? Wir haben zu fahren. Einfach fallen lassen. Oh. Oh. Oh, fuck, Jungs. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin gar wieder dumm. Einfach runter. Einfach spritzen. Einfach spritzen. Einfach spritzen. So, Kollegen. Alle Altersklassen. Es geht ab in der Hood. Sei da unten, oder wat? Ja. Da kommen sie alle angesprungen. Geh mal weg da mit dem dicken Körper, Junge. Ach, scheiße. Oh, es leckt nur die Ringfügel hier. Oh, nee, ich hänge. Deswegen. Was? Was? Es geht ab in der Hoodie. Es geht ab in der Hoodie. Hier zu kommen, oder? Ja, warum? Es geht von hier nicht, hä? Was? Es sieht so aus, als wenn das von hier nicht gehen würde. Aua! Aua! Loll, hab ich dich abgeschossen! Loll! Guck, ich hab dich abgeschossen! Nein! Zieh dich hoch? Ich bin irgendwo, äh... Zieh dich hoch! Ich zieh dich grad hoch! Guck, ich zieh dich hoch! Guck, ich zieh dich! Guck, ich zieh dich! Guck, ich zieh dich! Bist du bereit? Guck mal, was ist geil, Alter! Guck mal, was ist geil, Alter! Und wo jetzt hin? Kann man hier unten lang laufen? Ja, gerade so, ja. Dacht mir nur so, Pupp, dumpfer Aufprall! Äh, das tat weh! Scheiße! Geil, man kann hier ganz knapp lang laufen. Aber dann wird's echt blöd. Was warst denn du da unten, Alter? Keine Ahnung! Ein Typ! Ach du Scheiße! Durch die Map, Alter! Ihr seid ja auch durch die Map! Ja, hier scheint's nicht mehr weiter zu gehen. Ja, ich mag's grad. Da bloß jetzt wieder hoch. Fuck! Glaube, wir haben ein Problem, Houston. Das sind immer drüben. Das wäre... Ja, ich bin irgendwo in der Map und komm nimm mich hier raus. Nein, nein, nein. Ich würd sagen, wir seilen uns ab und mir ist kalt. Wer schwimmt denn da? Bitte! Ah, jetzt warst du oben. Ja, ich seh auch nicht mehr, wo lang, Alter. Richtig beschissen. Schlange, Schlange, Schlange seh ich da grad. Ah, scheiße. Äh, jetzt gibt's bei mir ein Problem. Ich seh alles blau. Ja. Das haben wir auch. Okay, ich würd mal sagen. Einmal wieder Kategorie Fail. Ähm. Äh. Da ist der Wasserfall. Da so lang hinter Voltmar. Also müsste es eigentlich... Ähm, seht ihr Dommel hängen? Äh. Dommel ist ganz markant mit seinem Hut. Ich seh ihn, ja. Ja, Dommel ist der letzte von uns. Wir müssen uns alle wieder Richtung Dommel kämpfen. Und Arminius. Ja, ich seh nicht, wo ich meine... Ja, ich seh's. Ja, genau. Okay, Dommel. Dommel geht. Dommel geht. Gut. Boah, Glück hat er. Ey, ich seh hier noch scheiße. Ich bin zu Dommel und schieß direkt auf Dommel. Ich weiß nicht, wo ich meinen Haken hinstelle. Ja, jetzt bin ich nämlich halb, äh, in einer anderen Map gewesen. Ich weiß, wo wir sind. MC, tröste dich. Ich auch. Gut, naja, dann müssen wir mal schauen, dass wir hier wieder irgendwie ein Stückchen wegkommen. Weil das war einmal, äh, Sackgasse. Wie man gerade eben gesehen hat. Für unsere werten Zuschauer, die sich hier die ganze Zeit fragen, was, was machen die? Wo sind die? Und, äh? Vielleicht auch für die, die gerade erst eingeschalten haben. Ihr seht natürlich, ne? Das ist hier spektakulär. Ach, ey. Geht wieder Special Moves bei Schwarzfels Gaming. Ich seh nicht. Ah, jo. Also, wenn ihr euch hier ganz runter lasst, könnt ihr hier wieder lang hochlaufen. Also, hier auf diesen Sandweg, die da gerade so hier an der Mauer lang geht, kann man langlaufen. Müsst ihr nicht Haken verschwenden. Seht ihr immer noch blau? Ne, wir sind schon oben. Ich seh aber immer noch blau. Ja, weil du immer noch da vorne hängst. Ich hatte doch gesagt, Richtung, äh, Dommedan. Arminius, siehst du mich? Der Typ, der hier kurz springt. Ja, ach, jetzt seh ich alles. Jetzt seh ich. Ah, du warst noch zu tief. Du warst noch irgendwie ohne weggepackt. Ach Gott. Halt, jetzt denk. Nein, nein, nein. Wir gehen, wir gehen da hinten mal lang. Oh nein, Arminius. Nein, wir haben ihn verloren. Nein, Arminius. Nein, ich stehe auf einem Stein. Das war jetzt, äh, Glück. Auf einen Stein? Äh, auf einen Stein. Der Flachwitz des Tages wurde Ihnen präsentiert von? Einem Stein. Von Fight Germany und seinem Helferkollegen Arminius. Da hat ein Speer untergefallen. Wartet. Das ist echt krank. Da sagst du was. Oh, das war cool. Ui. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich glaube, wir sind hier gefangen für immer. Ich fang dich gleich für immer, Domme. Ich laufe, ich laufe. Oh, steht mir auf Stein? Auf ewig. Aber wer hat sich... Da oben hängt doch schon einer. Marete. Ja? Was denn? Das ist komplett nicht raus. Wie ich sagte, hier oben hängt schon einer. Das ist Marete, der am Gaugenbaum hält. Nice. Oh, das wird sowas von eng. Ich habe noch drei Greifhaken. Ich habe noch vier Greifhaken. Boah, Mann, 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 Mann. Alter, ich komme nicht hoch, ey. Okay. Ich bin mir auch schon, Zwirn. Noch hier unten, Domme. Der nächste Schuss muss sitzen, sonst bin ich... Oh. Ja. Also ich habe keine Greifhaken mehr und ich bin nicht da oben. Wo bist denn du? Mein Greifer. Neighbor, neighbor, fight. Ihr packt mich. Shit. Äh, bei mir ist mir auch gleich vorbei. Bin zwar noch auf dem Vorsprung, aber... Komm, ich nehme mich weg. Boah, das ist schon so. Aha, Marete. Was? Äh, fuck, ich sehe dich nicht. Bin links unter dir. Wo seid ihr oben? Ja, ich habe nichts mehr. Wir hängen hier. Ähm. Dunkel laufen. Hängst du noch an einem Seil? Ne, ne. Marete, bleib doch mal. Was? Hab ich dich? Nein, schieß noch mal auf die Silbe, still. Sollen wir uns jetzt hin? Ah, scheiße. Wie kommen wir jetzt von diesem Überhang weg? Warte mal, ich glaube... Shit. Oh, Glück gehabt. Du treffst nicht. Alter. Was? So, jetzt ein bisschen aufpassen. Ich gebe sonst nach dem nächsten Aufprall. Ja, ich habe auch keine Greifhaken mehr. Ich habe nur acht. Shit, wir kommen da nicht mehr hoch, man. Fuck. Soll der einsame Wolf seine Runden weiterdrehen, oder? Boah, ich schaff's. Ja. Na ja, ich sag mal so. Bestimmte Umstände verlangen halt nach bestimmten Maßnahmen. Wir machen hier mal einen kleinen Cut und sehen uns in fünf Minuten wieder. Ich muss hier erstmal für Greifhaken-Nachschub sorgen, damit wir uns hier unten noch ein bisschen weiter bewegen können. Jo. In diesem Sinne, bis denne. Jawohl. Fuck, komm, ich dauere mich nicht mehr ganz so hoch. Wir werden noch drei, vier, fünf Arken, glaube ich. Damit heiße ich euch wieder. Herzlich willkommen zurück aus der Werbepause. Ja, wir mussten uns hier ein bisschen, yeah, organisatorisch neu aufstellen. Oh, dumme. Oh, Mist, ich habe auch noch vier. Hast du noch einen Greifhaken, dumme? Ja, ach, ich muss mich da erst erholen, weil mir blickt es schon rot. Also, dumme, gleich weg. Ja, dumme, dann guck mal hier. Mach mal so. Und dann lass dich vorsichtig runter. Vorsichtig runterlassen. Schieß vor dir an die Wand, lass dich vorsichtig runter. Dann gebe ich dir unten noch ein paar Greifhaken. Ja, doch da oben. Ja. Da müssen wir hin. Ja. Kommst du soweit? Ja, ich glaube schon. Ich habe nur noch drei. Oh, shit. Komm jetzt nicht mehr an die Greifhaken. Jo, dumme, bleib mal hier stehen. Vielleicht geht das ja hier auch schon. Natürlich nicht. Die fallen auch wieder runter. So eine Scheiße. Ich bin so lonely. Da kommt jemand. Oh, genau, genau. Fuck. Einwandfrei. Arminio ist gleich geschafft, gleich geschafft. Nee, aber ich... Hast du noch drei Fragen? Ja, zwei, aber ich weiß nicht, wo ich jetzt... Ich wüsste, wenn ich wüsste, wo ihr seid, also... Ich bin hier oben. Also, ich sehe... Ich sehe dich, MC. Wo kann ich dir jetzt... Ich bin schießen, doch. Ja! Oh, eigentlich... so scheiße hier reichen nicht mehr fein guck mal runter ich seh dich ja einer fehlt mir noch hier oben jubber dir weil sonst hätte ich mich da oben hinschießen können weißt du das hätte gerade so gelangt jungs wenn ich da bin jetzt greifhaken ich geb mir mühe oder ich zu euch kommen was ist mit mir da so ja ja weiter nach oben schiessen noch ein bisschen oben ich habe keine greifhaken mehr jetzt frage ich mich warum hast du keine märmere denn das war mal was mal an aber her auf und schwindet dort hat der doch schon mit dem pfeil geschossen wer ist denn da hinten arminius du ja aber wie ich frage mich wie will man mir bitte schon jetzt hier haken geben beim hängen ist schlecht domen muss auf jeden fall irgendwie versuchen darüber oder darunter zu kommen ich versuche auch gerade noch ich schieße jemand auf den pfeil ja was genau du bist unten jetzt war ja na toll jetzt bin ich oben warte ich schmeiß dir mal was runter arminius ja bitte einmal unfällig nach oben gucken unauffällig kriegst du die kisten nein du hast du hast einen pfeil aber ich komme nicht dran was weil ich bin das bin ich nicht das ist mal recht die kommen da nicht hoch leute warte ich schmeiß welche in die andere richtung perfekt so und ich glaube zu wissen wie ich jetzt darüber komme jetzt bin ich hier nämlich auf dem sand scheiß alter fiktor kommt dir runter arminius komm runter gebe ich dir noch greifhaken ich kann nicht mehr ich kann nur noch springen hast du noch ein greifhaken nein boah wieso gehst du denn da hoch wenn du nur noch zwei hast ich dachte ich käme aus mit zwei greifhaken jetzt hängst du da oben fest war kann man mich nicht mit dem greifhaken ziehen geht das nicht irgendwie ja ich könnte es probieren wenn ich hätte wer hängt da oben feit oder was der feit ist ganz oben ich auch wieder drin der arminius kommt auch nicht mehr weiter also der feit kann sich ja ohne festhängt bewegen ach du alter die ist im eis boah alter ich bin oben wer ist das hier bei jomini ich hängst nur ein meter hier greifhaken digga also ich sehe jetzt gar nichts mehr ich weiß nicht nur ich sei dazu ich bin jetzt wieder ganz oben ich bedanke mich äh marete stehst du noch da wo du vor uns standest ja alles klar ich probier mal aminius zu coden ich hab leben ja domme du musst einfach nur wieder hoch wenn an sie würdest du bitte rüber gehen das ist ganz gefährlich hier weil ich schieße jetzt marete mit pfeilen ab gucke ich ob ich treffe und dann ziehe ich ihn hoch ja das wollte ich mit aminius auch machen betroffen aminius ganz ruhig hängen bleiben ja fast bis nachmacht dieselbe position habe ich so weit von dir aus rechts bis runter und bis links treff ich überhaupt treff ich überhaupt ah fast noch ein bisschen nach unten wachen lol wo das ding hingeht ey bis noch mal auf die selbe posi es ist jedes mal die gleiche position das ist das schlimme ich komm zu dir runter ich komm zu dir runter kommst du hier rüber da komm ich nicht hoch da sonst fall ich runter das ist zu spitz hier MC machst du oder naja warte ich mach warte bleib stehen bleib stehen du kannst vorlaufen lass ich nicht weiter vor ich hab dir grad das ding voll in den kopf gehauen und ich konnte dich nicht ranziehen du hast du noch ein paar da schmeiß die immer da vorne hin ja ja jetzt zieh zieh Junge auf jeden jetzt geht das ja wieso geht das denn jetzt und wissen wir nicht anscheinend geht das nur mal die direkte kopf vielleicht ich hab dir genau in kopf geschossen ja feit hat jetzt selber getroffen haha geil ich bin und erlebe ja ich treffe dich nicht an mir also ich treffe dich aber der macht nichts ich dachte mir so jetzt muss das probieren zack treffer nein wie bewegt sich oder ist voll scheiße da rein fünf minuten wenn das in fünf minuten muss ich leider auf leider 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 ich glaube wir haben ja sowieso noch ein bisschen mit arminio ist keine ahnung wenn ich noch mal mit mariette zurück oder was hast du ne geh mal gib mir mal gib mir mal gib mir mal gib mir mal wie viel greifhaken bausen zehn greifhaken warte mir meinen weg dann später ach arminio ist weil du da hoch gegangen bist obwohl du keine greifhaken mehr dabei hattest was sagst du wie viel hast du noch ich hab äh elf stück noch komm ich da hoch mit zehn nein ich probiere es einfach okay wenn es einen wunderschönen abend möchte ich dir noch mal rede muss leider leider auf meiner viel spaß noch kommt gut nach außen es war mir ein inneres blumenpflücken werde mir meinen weg dann fahren werde ich zurückkommen wollen wir heute so weit so weit musst du eigentlich gar nicht naja das ist gut da kommen wir mit ach so warte mal das probieren wir gerade mal noch mc kwai wenn du oben bist mc ich gehe mal mit mariette fix weg wo was wenn ich oben bin was ach so ob du mich dann von oben hochziehen kann ich bin genau und meter unter dir dann das problem ist ich muss dich erst mal treffen und vor allem finden ich muss dich von oben erst mal sehen ohne dass ich selber wieder runter falle und dann muss ich dir erst mal treffen damit ich dich hochziehen kann ich weiß nicht wie geht es halt wenn der feitenarbeit ja auch noch mal probieren können dann das jetzt immer geschafft und auch mal hätte man wollte da rauskommst ok und raus aber ich stehe eben nicht verschwendet ich treffe dich aber ich kann nicht nicht ziehen außen werde ich überleben beispielsweise tot mariette werde ich da sehen wenn du stirbst tschuldigung 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 ich war gerade jawohl ich bin oben ich krieg dich nicht arminius hm äh bleib mal oben wo ist denn der wo ist denn der der hängt die genau hier ich krieg ihn einfach nicht gut äh seil dich mal ein bisschen ab ne äh, Arminius? mhm? weißt du, wo Marete stande? Marete? mhm? ja wo da stande, als ich ihn hochgezogen hab kommst du da hin? kannst du versuchen, da hinzukommen? äh, wie kann ich mich schwingen denn? ach, hast du nur noch einen Haken, oder wie? ja, sonst wäre er schon lange oben okay, Ladies bleib mal da, Minius, ich versuch den mal hier aber wirst du nicht ankommen mhm? da musst du, wo Fein steht vielleicht von da wo Fein steht Marete? nee, ich hab's grad probiert, geht nicht das geht, glaub ich, nur bei, äh, Stammmitgliedern äh ich probier mal ah, nur bei Stammmitgliedern ah, nur bei Stammmitgliedern hast du? äh lange E drücken Einladung zu Schwarzfeld 2.0 Gaming annehmen warte Moment mal, wenn er dann so? na komm so jetzt f fuck und sag mal, wie geht's dir? schuld hast du die Reise hast du die Reise überstanden übers Mittelmeer? ja war sie angenehm? jawohl ja 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 MC, zieh ja, ja, ja ja, ja ja MC jawohl ja juhu ja, voll durch den Hals geballert, Alter hehehe danke komm mit, Arminius, komm mit hehehe oh nein jetzt bist du mein Sklave, Alter muss da hin, wo ich hingehe, das ist so geil hehehe jetzt lass los lass los lass los, du Bengel bleib erstmal in dem Stamm drinne wir machen das nachher alles in Ruhe wieder sonst gehört alles, was du gebaut hast mir ja, so muss das MC, so muss das so, komm her, ich geb dir Greifhaken 30 bitte wobei ich jetzt auch schon so viel verballert hab, ich hab nur noch 18 ich hab nur noch 3 oh meinst naja wir haben's jetzt erstmal wieder im Backen gekriegt, den Kollegen hier hochzuholen wir sind wieder alle so weit zusammen, leider musste sich Machete schon verabschieden und Angie ist schon am Anfang gestorben aber ihr seht, es ist hier auch nicht ganz so einfach, sich hier unten fort zu bewegen das bedeutet echt, äh, ja vorher gut zu überlegen, was man tut in diesem Sinne, haut da hin wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet bis dahin, Cheerio Ciao, ciao Adios, ciao Outro Outro Bis zum nächsten Mal.